Solle, Hallöchen, ich möchte dir heute diese automatische Honigwarmen-Farm zeigen, die auch wirklich funktioniert, wie du siehst. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch direkt an. So, fangen wir mal an. Als allererstes müssen wir wieder gucken, in welche Richtung wir gucken. Hier passt es schon, wir gucken nach Osten, denn für diese Farm muss der Werfer, den wir gleich bauen, entweder nach Osten oder nach Westen gucken. Eins von beiden. Nicht nach Norden oder nach Süden. Wenn es nach Norden oder Süden zeigt, hatte ich das Problem, dass die Bienen dann ganz oft in dem Werfer gespawnt sind und dann einfach gestorben sind. Deswegen guckt, dass er nach Osten oder nach Westen zeigt. So, wir fangen jetzt einfach mal an und sagen, wir machen hier ein Loch, hier soll das Ganze hin, machen hier mal so zwei Löcher hin, setzen uns dann hier so eine Truhe hin, wo das Ganze rein soll, nehmen einen Trichter, den wir da dran packen. Jetzt sehen wir schon, wir gucken nochmal, wir gucken weiterhin nach Osten. Auf den Trichter setzen wir jetzt einfach so unser Bienennest. Ganz, ganz easy. Das ist der Ausgangspunkt. Jetzt gehen wir erstmal hin und machen folgendes und setzen auf die Kiste, hier hin, hier hin und so einen weg. Blöcke, sieht erstmal bescheuert aus, aber das ist nur eine Hilfskonstruktion. Denn jetzt müssen wir hier Schienen legen und da oben drauf kommt eine Trichterlohre. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt direkt richtig gerade reingeschoben. Natürlich nicht. So, endlich ist die Lore ganz drin, dann machen wir natürlich die Hilfsblöcke hier wieder weg. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir unseren Werfer. Der kommt jetzt hier so hin, dass er schön nach Osten zeigt. Als nächstes können wir noch folgendes machen. Erstmal brauchen wir den Beton wieder. Dann brauchen wir jetzt noch Falltüren. Wir nehmen hier einfach Fichtenholzfalltüren. Den brauchen wir nicht mehr. Gehen hin, machen die hier hin und machen die hier hin, sodass man das hässliche Schwarze nicht mehr sieht. Jetzt gehen wir hin, machen hier einen weißen Betonblock hin, sodass man die Lore überhaupt nicht mehr sieht. Machen den Block weg. Hier kommt eine Quarzstufe hin, dass das ordentlich aussieht. Und da kommt auch wieder ein Block hin. Einer. Auf die Quarzstufe kommt unser Komparator. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen Platz machen. Ich mache mal zwei hier weg. So, und das Ganze auch noch. Das kann auch noch weg. Zweier tief. Hier alles. Alles weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Der weg. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Das muss auch noch weg hier. Da hinten der nicht. Der kann bleiben. Jetzt machen wir hier einen Block hin. Hier unten machen wir alles weißen Beton hin, dass wir sehen, wo wir unseren Redstone legen. Den brauchen wir ja noch. So. Das heißt, wir legen jetzt. Hier ist der Komparator. Der sendet ein Signal in den Block. Hier kommt der Redstone hin. Einmal so durch. Was brauchen wir jetzt noch? Ein Observer. So. Beobachter. Her damit. Ich baue gerade einfach einen hier hin, wo ich mich draufstellen kann. Jetzt müssen wir gucken. So. Habe ich das jetzt richtig gebaut? Gerade gucken. Nicht ganz. Nicht ganz. Wir wollen ja direkt hier drunter. Sollte passen jetzt. Doch. Ist richtig gebaut. Habt nichts gesagt. Alles klar. Und das ist jetzt die komplette Honigwabenfarm. Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist folgendes. Wir nehmen jetzt noch Scheren. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ganz viele. Packen die hier rein. Heißt. Die Bienchen. Wir legen mal los. Nehmen wir mal Bienchen hier. Dann nehmen wir noch Blumen. Ganz viele. Da haben wir ja auch noch ganz viele. Wie man sieht. So. Ich lasse jetzt mal die Bienen arbeiten hier. Man sollte die natürlich auch wieder am besten in ein Gewächshaus packen. Mit Blumen oder so. Dass die nicht abhauen. Weil die sonst am Laufen Meter abhauen. Das ist ein bisschen doof. Aber. Die Idee hier hinter ist halt. Die Bienen bringen den Honig hier rein. Ab Stufe 4. Müssten wir hier ein Signal kriegen. Dass das Ganze an ist. Geht es auf Stufe 5. Sendet der Observer ein Signal in den Werfer. Der Werfer wirft eine Schere hier durch. Die sammelt die Honig warm. Die fallen in den Trichter. Und die landen dann in der Kiste. Wir gucken uns das Ganze mal an. So. Wie man sieht. Haben wir jetzt schon ein Signal hier am Laufen. Weil die Bienchen schön fleißig den Honig hier reingebracht haben. Sollte das Ding gleich auf Stufe 5 gehen. Pass auf Bienchen. Du stirbst jetzt. Sollte das Ganze jetzt auf Stufe 5 gehen. In dem Bienennest. Kriegt der Observer hier ein Signal. Der Werfer schmeißt die Schere. Wie gesagt. Und die Honigwaben wandern in unsere Truhe. Wo du sie nur noch rausnehmen musst. Wenn es dir gefallen hat. Lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen. Abonnieren. Glocke aktivieren. Sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sage wie immer. Ciao mit V. Bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede. Bis zum nächsten Tutorial.